Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Modern Warfare 2. Mal gucken, ob wir sowas gut ist, wie ich's letztes Mal hinlegen können. Ich hoffe es doch mal. Wenn ich jetzt scheiße. Terminal. Ist machbar. Ist machbar, wenn wir jetzt nicht gekickt werden. Ja. Ich bin der Rost, ich hab so'n guten Ping, aber ich bin eigentlich so gut, aber naja. Ich bin so scheiße und lief. Ha. Äh. Eindeutig gegen. Wenn's gut läuft, wären wir jetzt wieder rausgeschmissen. Aai, aai, aai. Mua. Mua. Ah. Ah. Da lässt sich über Kills sprechen. Kommt drauf an, an welchen Spot wir jetzt da... aufgesetzt werden. Wenn's C-Spot ist, geht's ja noch. Aber wär's ja gut, A auch. Bloß der scheiß B-Spot, der ist immer so mittendrin. Da bist du auf freier Schussbahn. Also du kennst ne Deckung, aber ich kenn da keine. Ganz ehrlich? Ne. Niemals. Oh, A-Spot. Geil. Bist dich, bist dich, bist dich, bist dich. Bist mich doch mal hier durch. Bist mich doch mal hier durch. Wir sind in Führung. Der Feind hat sie. Das ist nicht krankhaft, was ich jetzt mache, oder? Wir haben die Führung verloren. Kannst du doch ein Scheiß zählen. Vier in den Arsch schieben. Bist mich doch immer so schlecht. Eh. Ich hab dich nicht mehr so schlecht. Sie locate mir nicht mehr so schlecht. Duchen Sie dir doch nicht mehr so schlecht. Hö! Hö! Wir verlieren Alpha! Wir überlaufen uns! Diese Positionen einnehmen! Hö! Oh mein Gott, ey! Nee! Wir verlieren Bravo! Wir verlieren Alpha! Wir haben Alpha verloren! Oh, 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 verpiss dich! Du bist d'orso! Oh! Du kannst doch mal sehen, wie du fliegen kannst! Wir haben Bravo verloren! Oh! Oh! Alter! Ich fick dein Leben! Guck dir den Skill! Ich hab' gar nichts gesehen! Wir verlieren C! Den Scheiß werde ich C verlieren! Alter! Du Camper! Ich bin Camper! Ich kämpfe nie einfach da hin! Oh! Fick dich! Ich bin Camper! Ich bin Camper! Ich bin Camper! Hast du's denn eigentlich hier nur mit Camper zu tun? Ich bin Camper! Ich bin Camper! Oh, und ich hab gedacht... Alter! Ich hab dir so viel mehr reingepusht. Oh, andere Seite! Oh, ich müsste ja mal mitdenken. Oh, ich bin zu dem nicht. Oh, ich muss ja mal mitdenken. Mitdenken wäre vielleicht mal angebracht, aber ich werde jetzt eh gekickt. Also von daher kann ich auch so machen und so. Oh, ich krieg die Gritze. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich hab so gut angefangen und hör dir so scheiße auf. Ich brauch voll mein Däh. Wollen wir mal was testen? Ohne Scheiß. Vollmangel, bitch. Ja, ich wollte grad nach drüben gucken, weißt du. Wir verlieren C. Sie überlaufen uns. Diese Positionen einnehmen. C wird gesichert. Alter, willst du mich verarschen? Fick dich. Nein. Achtung, feindliche Vorräte. Wir verlieren Alpha. B wird gesichert. Wir verlieren A. B wird gesichert. Weißt du, überall guckst du hin, bloß da nicht. Was ist das? Ich bin auf bohle. Ich bin auf bohle. Hier, auf bohle. Höh. Ich bin hier auf bohle. Den hab ich da gar nicht geschnitten. Was ist das? Wir verlieren Arzt! War nicht geklackt, scheiße. Tch. Meiner ist viel geiler geflogen. Hä? Wir verlieren Arzt! Wir verlieren Arzt! Hm... Aber erst mal kurz... ...vom Schießen runtergehen! Oh oh! Ich bleib hier! Feindliche Feuerwehr! B wird gesichert! Feindliche Kobra im Abflug! Hm... Hm... Näh! Weißt du, was das Geile ist? Ich höre jetzt hier nochmal eine hin! Da ist ein Fenster. Da ist ein Fenster. Probier es nicht mehr. Da ist ein Fenster. Ich war jetzt so mega geflasht. So, und wie immer, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Bis dann!